Bhagavad Gita, Vers 4.22 Wer mit dem zufrieden ist, was er ohne eigenes Zutun erhält, wer frei von Dualität und Neid ist und von Erfolg und Misserfolg nicht berührt wird, ist niemals verstrickt, obwohl er handelt. Ein Krishna-bewusster Mensch bemüht sich nicht einmal um die Erhaltung seines Körpers. Er ist mit den Dingen zufrieden, die er gerade vorfindet. Er bettelt und borgt nicht, sondern arbeitet ehrlich, soweit es in seinen Kräften steht, und ist mit dem zufrieden, was er durch seine ehrliche Arbeit verdient. Was seinen Lebensunterhalt betrifft, so ist er also unabhängig. Er lässt nicht zu, dass der Dienst eines anderen seinen Dienst im Krishna-Bewusstsein hindert. Um dem Herrn zu dienen, kann er jedoch in jeder Weise handeln, ohne dabei von der Dualität der materiellen Welt gestört zu sein. Die Dualität der materiellen Welt wird als Hitze und Kälte, Leid und Glück oder ähnliche Gegensätze erfahren. Ein Krishna-bewusster Mensch jedoch steht über der Dualität, da er nicht zögert, auf jede nur erdenkliche Weise für die Zufriedenstellung Krishnas zu handeln. Deshalb ist er sowohl in Erfolg als auch in Misserfolg stetig. Diese Zeichen werden sichtbar, wenn man völlig im transzentalen Wissen verankert ist.